Hallo, mein Name ist Chris. Ich bin Chris Lauper, der CEO und der Mitbesitzer von Langert und Distillerie. Wir durften mit der KMU Suisse ein Event machen. Sehr wichtig ist die Aufschlossenheit dieser Leute, die Offenheit und für uns natürlich das Netzwerk von interessierten Leuten, wie wir auch sind, zu interessierten Leuten hervorragend. Untertitelung des ZDF, 2020 Drei